0 Sterne Deluxe, Folge 68 Du brauchst keine Tipps von angesagten Sterneköchen oder hippen Foodbloggern, sondern praxisnah und bodenständige Hilfe. Ohne Schnick und Schnack. Und hier ist dein Gast. Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Hallo, ich bin Simone. Ihr kennt mich vielleicht vom Instagram-Account CakeLoveSimBugBlog. Du hörst hier den 0 Sterne Deluxe, den weltbesten Podcast rund um das Thema Kochen und Küche. Bei der heutigen Folge geht es um einen leckeren Bohnen-Forellen-Aufstrich. Lecker. Viel Spaß beim Zuhören und Nachkochen. Das war die Folgenansage von Simone aus dem Erzgebirge, der ihr bei Instagram unter dem Account CakeLoveSimBugBlog folgen könnt. Simones Account dreht sich ausschließlich um Kuchen, Torten und alles, was man backen kann. Das Experimentieren in der Backküche ist Simones Yoga und so entspannt sie sich von ihrem Vollzeitjob auf diese Weise und ist besonders glücklich, wenn es der Familie und den Freunden schmeckt und sich ihre Mühe so auszahlt. Wenn ihr bei Simone vorbeischaut, erwartet euch ein farbenfroher Account mit liebevoll dekorierten Kuchen und Torten und auch wenn ich selbst kein großer Bäcker bin, so habe ich doch verstanden, dass heutzutage bei einem Kuchen und insbesondere bei einer Torte nicht nur das Rezept und also der Geschmack entscheidend ist, sondern hier ganz besonders der Spruch, das Auge ist mit zutrifft. Und so könnt ihr euch auf die Schnelle ein paar tolle Inspirationen für euer nächstes Kuchenbuffet klauen. Also schaut mal virtuell in Sachsen vorbei, den Link zum Account und die genaue Schreibweise findet ihr wie immer in den Shownotes zur Folge. Und was ist mit dir? Hättest auch du Spaß daran, eine der Folgen von Null Sterne Deluxe anzusagen, dann kommen wir schnell zusammen, wenn du mir eine E-Mail an podcast.nullsternedeluxe.de mit dem Betreff Ja, ich will sendest. Ich melde mich dann umgehend bei dir und wir kriegen das ganz unkompliziert hin. Du brauchst keinerlei Equipment dafür. Also schreib mir an podcast.nullsternedeluxe.de mit dem Betreff Ja, ich will. Howdy Koch Rookies Mein Sohn meinte, ich muss meine Begrüßung mehr variieren und Howdy wäre bei den YouTubern sehr beliebt. Naja, Howdy ihr Lieben. Oder ist das jetzt wieder uncool so? Zumindest in Großbritannien ist das jedenfalls ein total altmodischer Gruß. In Amerika hält er sich hingegen ziemlich tapfer. Muss ja auch nicht immer englisch sein, wenn es cool sein soll. Aktuell holt er ja die arabische Kultur wieder auf. Also Jalla Koch Rookies. Und da Jalla von der eigentlichen Bedeutung her gar nicht mal eine Begrüßung, sondern vielmehr die Aufforderung ist, sich zu beeilen, passt das auch ganz gut zu der heutigen, letzten Folge von Null Sterne Deluxe vor der Sommerpause in 2021. Kurz und knackig wird es heute, denn zum heutigen Rezept fällt mir weder eine Anekdote ein, noch wäre eine Zutat dabei, zu der ich euch irgendetwas Interessantes oder Wissenswertes erzählen könnte. Wir machen heute einen sommerlichen Bohnen-Forellen-Aufstrich für Spaghetti, Giabatta oder auch Brot. Also ein frischer Dip für heiße Tage, an denen ihr vielleicht gar keine Lust zu kochen habt und trotzdem eure Zunge mit etwas herzhaftem kitzeln wollt, ohne dass ihr dafür den Herd- oder Backofen einschalten müsst. Ähnliche Aufstrichvarianten gibt es tausendfach und ich finde das heutige Rezept besonders interessant, weil es die cremige Konsistenz mal nicht komplett auf Frischkäsebasis erhält, sondern überwiegend aus den weißen Bohnen und weil als Fisch nicht der überwiegend dominierende Thunfisch enthalten, sondern diesmal ein Niveau-Upgrade über das geräucherte Forellenfilet eingebaut ist. Der Aufstrich ist rasend schnell gefertigt und somit hervorragend geeignet, wenn ihr an einem heißen Tag so gar keinen Bock darauf habt, in der Küche zu stehen. Außerdem ist er trotzdem so raffiniert, dass ihr ihn sogar spontan Gästen anbieten könntet, wenn ihr ihn auf ein paar Baguettescheiben gestrichen habt und das Ganze schön auf einem Holzbrettchen arrangiert. Für den Aufstrich benötigt ihr folgende Zutaten, die ihr wie immer in den Shownotes findet, damit ihr euer Handy im Supermarkt als digitalen Einkaufszettel nutzen könnt. Ach so, manchmal fragen mich Hörer danach, was Shownotes eigentlich sind und wo man sie findet. Das kann ich vielleicht in dieser kurzen Folge einfach mal erklären. Im Prinzip arbeitet jeder Podcast mit sogenannten Shownotes und es sind übersetzt einfach nur Notizen zur Show oder eben zur Podcast-Folge. Ihr findet sie in eurer App normalerweise direkt bei der jeweiligen Podcast-Folge. Ich erkläre es euch mal am Beispiel Spotify, weil das von vielen genutzt wird und wenn du eine andere App verwendest, um Podcasts zu hören, wird es aber ganz, ganz ähnlich sein. Wenn ihr also in Spotify eine der Folgen von Null Sterne Deluxe anklickt, dann seht ihr unter dem grünen Play-Button die von mir immer sehr liebevoll ausgesuchten Folgen-Zweitüberschriften bzw. Untertitel und darunter starten sofort die Shownotes, die aber nur total verkürzt angezeigt werden. Ihr müsst da nur noch auf den Link mehr anzeigen klicken und schon seht ihr die kompletten Shownotes. Die Shownotes sind immer nach gleichem Muster aufgebaut. Es startet mit dem Link zum Account der jeweiligen Person, welche die Folgenansage gesprochen hat, also bei der heutigen Folge mit Link zu Simones Account. Sofort danach stehen die Zutaten des jeweiligen Rezeptes und darunter steckt der Link zum jeweiligen Kurzrezept als PDF-Download, damit ihr nachkochen könnt, ohne euch die Folge nochmal anhören zu müssen. Wenn ihr weiterlest, findet ihr ein paar Küchenprodukte und auch Literatur, die ich euch zur Anschaffung empfehlen kann. Und ganz zum Schluss gibt es noch ein paar Verweise, wie ihr 0 Sterne Deluxe auf Social Media finden könnt. Wichtig ist mir noch zu erwähnen, dass ihr keine Angst haben müsst, auf irgendwas zu klicken. Ihr geht nie ein Abo oder einen Kauf ein oder sowas. Das ist auch bei anderen Podcasts nicht üblich, sondern es geht darum, euch zur jeweiligen Folge ein paar zusätzliche Infos zu geben, insbesondere eben die Zutatenliste und das Kurzrezept. So, also nochmal zu den Zutaten, die ihr für den Bohnen-Forellen-Aufstrich da haben solltet. 125 Gramm geräuchertes Forellenfilet, 400 Gramm weiße Bohnen aus der Dose mit einem Abtropfgewicht von 250 Gramm, 3 Esslöffel Zitronensaft, 8 Esslöffel Olivenöl, eine zähe Knoblauch, eine Messerspitze Chili-Flocken, 100 Gramm sahnigen Frischkäse, 50 Gramm in Salz eingelegte Kapern, ein paar Stängel glatte Petersilie und ein wenig schwarzen Pfeffer aus der Mühle natürlich. Wie bei jedem Aufstrich müssen wir die Zutaten irgendwie streichförmig hinbekommen und ihr könnt dazu einfach einen Pürierstab benutzen oder ihr nehmt den Mini-Food-Processor von KitchenAid aus den Shownotes, so wie ich es mache. Damit der Aufstrich aber nicht nur cremig ist, sondern auch etwas abwechslungsreich in der Textur bleibt, werden wir die Kapern und den Knoblauch nicht mixen, sondern mit einem Messer hacken. Aber schön der Reihe nach. Fangt damit an, die geräucherte Forelle aus der Verpackung zu nehmen und zerteilt das Filet dabei direkt mit den Händen in ein paar Stücke. Gießt die Bohnen in ein Sieb ab und gebt sie zum Fisch. Ebenso könnt ihr die 100 Gramm Frischkäse, die 3 Esslöffel Zitronensaft und die 8 Esslöffel Olivenöl dazugeben. Jetzt alle Zutaten mit dem Stabmixer oder Pürierstab zu einer cremigen Masse verarbeiten. Kommen wir jetzt zu den Zutaten, die wir mit dem Messer zerkleinern. Schält also den Knoblauch und würfelt ihn so fein wie möglich. Die Petersilie könnt ihr waschen, abtropfen lassen und ebenfalls klein hacken. Bei den Kapern bitte ich euch darum, ein Glas zu kaufen, bei dem die Kapern nicht in einer Essiglake eingelegt sind, sondern lediglich in Salz. Das Salz dient den Kapern, bei denen es sich, wie ihr ja wisst, lediglich um die Blütenknospen des Kapernstrauches handelt, also das Salz dient als Konservierungsmittel. Das Gute daran ist, dass es anders als die oft verwendete Essiglake keinen Einfluss auf den Geschmack der Kapern hat, außer, naja, dass es diese salzig macht natürlich. Das ist aber für die meisten Anwendungen gar nicht schlimm oder sogar erwünscht, denn man verwendet dann einfach im Anschluss weniger oder einfach auch gar kein Salz mehr zum Würzen. Oft wird dazu geraten, die Kapern 24 Stunden vor Gebrauch der Kapern zu wässern und das Salz so zu entfernen. Für unseren Aufstrich ist das aber gar nicht nötig, weil es vollkommen ausreicht, wenn ihr die Kapern kurz in einem Sieb ausspült und das außen anhaftende Salz so entfernt. Das, was an Salz dann noch in unseren Aufstrich gelangt, weil es innerhalb der Blütenknospen ist, ist dann einfach das Salz, das wir am Ende beim Abschmecken eben nicht mehr hinzugeben müssen. Das passt schon. Die Kapern bitte auch mit einem Kochmesser hacken und ich würde das eher sehr groß tun. Es ist gar nicht schlimm, wenn die kleinen Exemplare vielleicht auch im Ganzen in den Aufstrich gelangen. Der Aufstrich ist fertig, wenn ihr die gehackten Zutaten, also Kapern, Knoblauch und die Petersilie in den Aufstrich eingerührt habt. Bevor ihr aber alles verrührt, gebt bitte noch die Messerspitze Chiliflocken hinzu, damit das Ganze auch ein wenig pikant wird. Leicht im Kühlschrank gekühlt wird euch dieser würzig feine Aufstrich an lauen Sommerabenden vielleicht mit einem Glas kalten Weißwein bestimmt gute Laune bereiten. Die spritzige Säure der Zitrone kommt schön zur Geltung und wird vom Knoblauch gekontert. Die cremige Textur mit den Kapernstücken und dem leichten Biss der Knoblauchstückchen und der Petersilie wird nicht so schnell langweilig und kommt auf Ciabatta, Baguette, Wurzelbrot oder was immer euch beim Bäcker lecker erscheint, so richtig zur Geltung. Mit diesem schnell zubereiteten Aufstrich verabschiedet sich Null Sterne Deluxe in die Sommerpause und ich freue mich darauf, euch im September wieder mit neuen, frischen Folgen zu versorgen. Wenn ihr noch nicht alle Folgen gehört habt, dann nutzt diese Phase doch, um euch die noch nicht gehörten Folgen einzuverleiben. Denn auch wenn euch das jeweilige Rezept bisher vielleicht noch nicht so ganz zugesagt habt und ihr die Folge deshalb ausgelassen habt, so könnt ihr doch in jeder Folge ein paar wissenswerte Infos für euch mitnehmen und vielleicht bringt euch ja auch die eine oder andere Anekdote mal zum Schmunzeln. Ich hoffe, ihr bleibt gesund, verbringt einen tollen Sommer 2021 und seid wieder mit von der Partie, wenn die neuen Folgen von Null Sterne Deluxe erscheinen. Bis dahin wäre es toll, wenn ihr mir eine ehrliche Bewertung bei Apple Podcasts hinterlasst, diesen Podcast in eurer bevorzugten App abonniert und vielleicht per E-Mail, Facebook oder Instagram mit mir in Verbindung tretet. Ich freue mich, von euch zu hören und verspreche euch, dass auch ihr wieder bald von mir hören werdet. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian. Dieser Podcast ist nicht kommerziell. Für Produkte, die ich erwähne oder empfehle, erhalte ich keine Zuwendung irgendwelcher Art. Ich empfehle sie ausschließlich aufgrund meiner persönlichen Erfahrung und Überzeugung. Alle Meinungen, die ich hier vertrete, sind ebenfalls aufgrund meiner Erfahrung gebildet. Das heißt, ich erhebe keinen Anspruch darauf, dass sie die letzte Weisheit darstellen. Wenn du Meinungen, die ich hier äußere, nicht teilen kannst, dann ist das legitim und toll. Denn das bedeutet, dass du dich mit dem jeweiligen Thema bereits auseinandergesetzt hast.